Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Wir bemühen uns ja immer für Sie, prominente Gastkünstler an Bord zu bringen. Gitta Sachs war an Bord, AIDA Bella, sie war unter anderem in der Primetime und hat sich an Bord um die Schönheit, die Innere und die Äußere unserer Gäste gekümmert. Bitteschön. Auf der Reise haben wir ja die Yin-Yoga-Stunden mit dazu genommen und meine Themen aus meinen Büchern, wo es um Wellness geht, um Schönheit, ergänzen sich. Also wir hatten ja auch einen Workshop Yin und Yang und wir sagen immer ein bisschen Yin und Yang. Das ist echt lustig. Wir ergänzen uns da einfach super und verstehen uns halt auch menschlich sehr gut. Ich habe doch sehr viel gemodelt und ich bin ja nicht die Größte, ihr habt es jetzt alle gesehen. Ich bin weit unter 1,70 und es war schon speziell, dass man sich da als Model durchsetzen kann. Und das war bei mir halt so, dass ich 1988 als Playmate entdeckt wurde. Dann wurde ich Playmate des Jahres und dann 16 Jahre später zur Playmate des Jahrhunderts gewählt und habe dann quasi, kam der Schritt in die Öffentlichkeit. Ich saß dann so wie jetzt bei Martin, saß ich dann bei Harald Schmidt und war beim Beckmann und plötzlich war ich da so in der Öffentlichkeit, weil als Model habe ich zwar viel gearbeitet, aber ich war jetzt nicht so berühmt wie jetzt eine Kate Moss oder so. Ja, und dann hat sich so mein Leben nochmal komplett verändert. Ich versuche halt alle Erfahrungen, die ich so gesammelt habe in den Jahren, versuche ich halt umzusetzen, auch in andere Wege, weil wir werden ja alle älter und irgendwann muss man schauen, dass man einfach auch einen Beruf findet, der länger Bestand hat, weil als Model hört es irgendwann auf und in der Öffentlichkeit fühle ich mich schon noch wohl. Ich war, wie du vielleicht auch weißt, im Dschungelcamp und habe so Promi-Dinner und in Österreich Dancing Stars gemacht. Das sind alles schöne Formate und schöne Aufgaben, aber ich möchte doch mehr machen, auch mit Tiefgang und deshalb habe ich dann meine Workshops entwickelt und stehe jetzt auch hinter der Kamera als Fotografin. Jetzt hast du ja gesagt, Dschungelcamp hätte keinen Tiefgang. Ja, naja, gut. Also ich würde auch gerne mal mitmachen. Ja, es polarisiert ja sehr das Format. Ich verstehe auch alle, die sagen, sie schauen es nicht, aber im Endeffekt schauen es dann doch immer alle, weil es halt doch irgendwie spannend ist. Ja, Menschen zu sehen, die an ihre Grenzen gehen, ich glaube, das ist so das Faszinierende. Ich habe vor vielen Jahren, als die erste AIDA quasi auf See ging, musste man ja damals Fotos machen, damit man auch sieht, wie schön es hier ist und was es für tolle Ausflüge gibt. Und da war ich eins der ersten Models damals und da fing wirklich die Liebe an. Und dann hatte ich öfters mal Shootings, dann bin ich auch mal einmal allein in Urlaub hergefahren, das war auch toll und das ist jetzt mein zehntes Mal. Ich soll das Leben genießen, aber zu einer gewissen Zeit ist es eben, finde ich, schon wichtig, dass man eben auf seinen Körper achtet und Tanja macht ja eben auch da entsprechend das Detox-Yoga dazu und von daher ergänzt es sich wieder. Ihr seid jetzt beide aus München. Jetzt ist ja heute Abend das Altenglüt auf dem Pooldeck mit Nageln, mit Brezen. Brezen, ich liebe Brezen. Das war das Erste, was ich gestern geschnappt habe. Brezen. Dann gibt es ja noch die Maspier heute Abend. Ist es euer Abend oder macht ihr einen großen Bogen drum, weil ihr es zu Hause auch habt? Ganz ehrlich. Also ich finde es super. Ich liebe Oktoberfest. Ich habe jetzt in Österreich gelebt, sechs Jahre. Dieses ganze so Tirolerische, auch Bayerische, ich finde das Zünftige schon nett. Ich liebe Dirntl. Also jeder, der schon am Oktoberfest war. Also das gehört schon irgendwie auch so zum Lifestyle dazu. Ich mag das gerne. Psst, hören Sie das? Kennen Sie das? Das Schokolade kann sprechen. Sie sagt Ihnen, dass sie nicht dick macht und dass sie furchtbar lecker schmeckt. Und dass ich sie jetzt aufessen soll. Da ist es wirklich schwer standhaft zu bleiben. Wir haben das an Bord mit den Kindern mal probiert. Die wissen, wie es geht. Und während Sie sich das angucken, habe ich hier eine ernste Diskussion. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Das ist ein richtig, richtig, richtig doll leckerer Schokobär. Mit einer richtig leckeren Füllung. Und die kann man nur in Singapur kaufen. Ich stelle euch die jetzt hier hin. Und wenn ihr es schafft, die nicht aufzuessen, bis ich gleich wiederkomme, Dann bekommt ihr sogar noch einen zweiten. Okay? Bis gleich. Nicht einfach. Nicht auf. Nicht auf. Nicht auf. Nein. 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 Du kannst hier gut nach. Nein. 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 Gummisch. Komm, wir essen die auf. Nein, doch nur Leute. Wir sollen das jetzt aufessen. Wenn sie gekommen ist, und es noch nicht aufgeäst hat, dann hat sie wirklich eine Belohnung. Willst du eine Belohnung oder nicht? Achtung, wo geht das? Gummisch. Moin, Moin, liebe Gäste. Wunderschönen Seetag von der Brücke. Psch. Gummisch. 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 Psch. Honigt. Gummisch. Gummisch. Roger hat das aufgegessen. Roger ist aufgegessen. Aufgegessen? Hat der dich so nett angeguckt, dass du ihn schon aufessen musstest? Ja. Hat es geschmeckt? Da sieht man mal wieder, die Kids können genauso schlecht widerstehen wie wir auch. Oh, zugegebenermaßen, die Schokolade hatte die besseren Argumente. Und während die Schokolade jetzt in meinem Körper ansetzt, habe ich eine richtig gute Nachricht. Wir haben eine Methode entdeckt, wenn man die Kilos, die man sich draufgefunden hat, direkt wieder los wird. An Bord wird jetzt gewuppelt. Das geht so. Ungefähr. Gucken Sie mal. Und wir wollen noch mal was probieren, und zwar richten Sie einmal Ihren Blick Richtung Bühne. Wir probieren nach unten, und zwar einmal die Hände zu kühlen. Sprung, zwei, drei, vier, Sprung zurück. Der Riesen-Worbel hier auf AIDA-Stella. Wir grüßen das Primetime-Magazin. Und jede Woche freue ich mich auf die Verlockung der Woche. Und wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie sich über andere Reisen informieren wollen, dann gehen Sie in das Reisebüro oder auf www.aida.de. Viel Spaß! In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Lanzarote. Wir besuchen noch Fuerteventura und Teneriffa und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Gran Canaria. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder der Woche. Diesmal untermalt mit dem wunderbaren Gesang von unserem Gastkünstler Tyrell, Wonderful World, und Ihnen wünsche ich alles Gute bis zur nächsten Woche. I watch them bloom for me and you. And I think to myself, oh, what a wonderful world. I hear babies cry. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, oh, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Vielen Dank.